Hallo Freunde, alles klar? Mr. Beer und ich stehen hier mitten auf dem Schlachtfeld bei Insurgency Ja, es geht direkt los, wo bist du eigentlich? Ah da, du bist ja blauer, ne? Ja, du bist im Graben gerade gewesen Ich bin glaube ich schon blau und wir rennen jetzt einfach mal hier rein und schützen uns durch das Haus Sorry, sorry, sorry Komm, 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 hoch, hoch Boah Was? Welche Garage? Garage? Welche Garage? Ist das hier Freund oder Feind? Ich glaube ein... Äh Oh, Freund, oh, Freund, 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 Freund war das Ich weiß nicht, welchen Team ich hier bin Auf jeden Fall blau Ah, okay Blau gehört zu uns Ich brauche Hilfe als Alpha Zivillip ist gekommen Wo bist du jetzt? Unten? Ah da vorne, Frepper Lass mal runter gehen Ich bin noch hier Ja Auf ins Gefecht Ja, lad mal nach, wenn du schon geschossen hast, musst du jetzt nachladen, weil das geht jetzt richtig los Ich hab noch nicht geschossen Okay, gut, dann lass mal Ich hab noch nicht geschossen Komm, folge mir, wir gehen nach unten Ja Hallo Oh Ist keiner da, ne? Oh, oh Komm, komm, komm Okay, hier Hier wird geschossen Oh Gott, hier hab ich ganz schlimme Erinnerungen dran Ja, ich auch, aber deswegen hab ich echt Schiss, hier jetzt raus zu gehen Oh, Alter Oh, Alter Oh, Alter Juhu Das kimmelt ja nicht, ey Alter, ich brauche Hilfe Komm mal zurück Ich glaub, die sind hier Wo? Komm mal zu mir Ich hab sie Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier reingegangen Hier Oh, 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 oh Lass mich durch Hier, hier, hier siehst du mich Hilfe, ich brauche Hilfe Okay, okay Clear Clear Keiner mehr hier Warte, 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 warte Da oben, da oben, da oben, da oben Wie immer, wie immer Hau mal rein Warte, ich lass mich da schießen Dann kannst du auf dem drauf ballern Alter, ich glaub, hier ist einer Warte, bleib mal da Ich versuch da rein zu gehen Oh! Hast du ihn? Hast du ihn? Nee, ich hab ihn nicht Boah Ich hab nur grad gezielt Alter, wie krass ist das denn? Damn nice spot Da 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 Ja 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 Don't trash talk Das war pure fuck Ha Hohoho Komm Bia, wir gehen jetzt wieder den bösen Weg Den da? Okay, ich folge dir Den böse... Oh, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen Oh, fuck Bist du tot? Nein, 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 ich bin hinter dem Panzer Alter, voll die Wolke ich bin im nächsten bereich drin ich gehe nach oben oh shit ich bin auf der anderen seite nicht da rein ich bin tot sie kommen das war's schon aber es war schon nicht schlecht aber ich hätte besser aufpassen müssen wer da oben über mich lauert was so wasser tot er ich war tot das letzte was getan habe war es dich zu beobachten hast du mich gesehen ja ich habe keine ahnung ja deswegen habe ich nichts gemacht deswegen habe ich mich beobachtet gefühlt ok lasst mich durch leute lasst mich durch links oder rechts wo bist du alter the fuck alter alter ich höre dich nicht aber schmack auf alfa oh oh alter help help alter komm her geradeaus durch oh thank you thank you komm wieder oh 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 das war so schrecklich ich denke ich muss mich hören ich muss mich nicht hallo hallo wo warst du denn wieder wir haben die verbindung wieder verloren oh warum nicht hast du keine rechnung bezahlt oder was denn doch ich würde sagen das nächste mal zahlen wir besser unsere gebühren und wir sehen uns dann ne alles klar dann bist du an leute ahahahahahahaha ahahahahaha 아 ach ha ah ah ha